Heute möchte ich dir mal zeigen, warum 10.000 Euro Gewinn im Monat für einen selbstständigen E-Commerce nicht viel sind und warum du eigentlich noch mehr Geld verdienen musst. Und damit herzlich willkommen zurück hier auf unserem YouTube-Kanal. Wenn ich immer wieder mit Existenzgründern oder Stattern spreche im E-Commerce, dann fällt immer eine Sache auf. Ich sage meistens, ja ich möchte 2.000, 3.000, 4.000 Euro monatlich an Gewinn machen. Das ist auch schön und gut. Meistens wirken diese Zahlen dann schon sehr hoch. Wenn du jetzt aktuell zum Beispiel 2.500 Euro netto verdienst und du kommst dann auf 4.000, dann hast du dich schon mal verdoppelt. Und deswegen klingt so ein Gewinn von 4.000 im Monat nach Abzug aller Kosten wirklich schon sehr verführerisch. Aber das ist nicht viel und das reicht auch lange nicht aus. Jetzt erkläre ich dir auch warum. Weil wenn du diese 4.000 Euro als Selbstständiger machst, dann ist das nicht dasselbe, wie wenn du 4.000 Euro als Angestellter machst. Es ist nicht dasselbe, weil es kommen unterschiedliche Sachen. Du musst reinvestieren und du musst einfach andere Faktoren berücksichtigen. Und zwar nehmen wir jetzt mal an, du verdienst diese 10.000 Euro an Gewinn. Das heißt, du machst entsprechend Umsatz, um dann auch auf die 10.000 Euro Gewinn im Monat zu kommen. Da musst du damit rechnen, dass du erstmal 4.000, 5.000, 6.000 Euro erstmal wieder zurücklegst. Also wieder reinvestierst im Business, um langfristig auch was davon zu haben. Weil klar, du könntest dir das auch jeden Monat auszahlen. Aber es nützt dir diese kurzfristige Auszahlung, wenn du langfristig dann nicht mehr Umsatz machst. Du willst ja nicht auf dem Level stagnieren oder sogar weniger Umsatz machst, weil deine Investitionen eben zurückgehen. Das heißt, du musst erstmal damit rechnen, dass du die Hälfte vielleicht sogar von diesen 10.000 Euro erstmal wieder reinvestierst ins Business, um langfristig mehr Geld zu machen. Dann bleiben dir vielleicht 4.000 oder 5.000 Euro. So, was passiert jetzt mit den restlichen 4.000 oder 5.000 Euro? Je nach deiner Rechtsform kannst du dir ja auch nicht jetzt die restlichen 5.000 Euro einfach als Gehalt auszahlen. Wenn du zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft hast, dann kannst du dir einen gewissen Betrag, den du einfach monatlich auszahlen kannst. Wenn du ein Einzelunternehmer bist, klar, dann bekommst du alles. Das heißt, einerseits die Rechtsform. Dann zweitens musst du natürlich auch noch Steuern zahlen. Auch eine ganz wichtige Sache, die viele dann auch noch vergessen. Das heißt, du hast auch verschiedenste Steuern, gerade bei verschiedensten Rechtsformen. Gerade wenn du dir zum Beispiel selbst Gehalt auszahlst oder sowas, dann muss der Arbeitgeber, also du selbst, wenn du zum Beispiel in der Kapitalgesellschaft angestellt bist, musst du selbst auch noch Steuern zahlen auf das, was du dir auszahlst. Das ist der eine Faktor. Dann musst du Versicherung bezahlen. Das heißt, wenn du selbstständig bist, dann bist du natürlich meistens privat versichert. Das heißt, da gehen dann auch noch mal 500, 600 Euro monatlich davon weg. Das heißt, du bist dann vielleicht am Ende bei 3.500 Euro und dann gehen noch mal 500 Euro weg. Dann bist du bei 3.000 Euro oder vielleicht sogar nur 2.500 Euro, je nachdem, was du so an Steuern etc. dann noch mal zahlst. Das heißt, Versicherung geht noch mal weg. Was geht noch ab? Rentenversicherung. Wenn du als Angestellter deine 4.000 Euro netto oder 2.500 Euro netto verdienst, dann ist das ja schon alles abgezogen. Dann hat jemand für dich in die Rentenkasse eingezahlt. Als Selbstständiger musst du natürlich dann noch mal selbst in die Rentenkasse eins haben beziehungsweise dich da einfach absichern. Die meisten verzichten ja darauf und sichern sich auch selbst ab. Das ist auch das, was ich dir empfehlen würde, weil das meistens ein schlechter Deal ist, in die Rentenkasse als Selbstständiger einzuzahlen. Das heißt, du musst noch berücksichtigen, dass du Rücklagen bildest, einfach noch mal um dich abzusichern. Das heißt, auch da gehen noch mal 1.000 Euro monatlich vielleicht eine Absicherung weg. Aber du willst ja nicht mit 60, 70 Jahren da monatlich mit 1.500 Euro versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen und dann noch parallel Pfandflaschen sammeln müssen. Das willst du ja nicht. Das heißt, du bist auch noch darauf angewiesen, dass du Rücklagen bildest für dein Alter und dass du das natürlich auch machst. So, was kommt dann noch dazu? Dann hast du noch Miete. Das heißt, du wohnst vielleicht zur Miete, du musst einen Kredit abzahlen, wenn du ein Haus gekauft hast, eine Wohnung gekauft hast. Auch da gehen natürlich dann noch mal Kosten weg und schlussendlich willst du natürlich auch von irgendwas leben. Das heißt, Lebensmittel musst du natürlich auch noch kaufen. Und dann bist du ganz schnell bei einem Einkommen, was vielleicht sogar unter einem von einem Angestellten sein kann, je nachdem, was du für Ausgaben und Kosten hast, was du dir auch grenzt, was für einen Lebensstil du hast. Wenn du natürlich eine große Wohnung hast, dann bleibt dir am Ende umso weniger übrig. Oder wenn du zum Beispiel immer teuer essen gehst oder sowas. Das heißt, auch da hast du große Abzüge an der Stelle. Und so habe ich es auch schon erlebt, dass Selbstständige weniger haben am Ende als ein Angestellter, weil sie einfach viel reinvestieren in ihr eigenes Business und so dann schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Und das ist einfach noch fern von irgendeiner finanziellen Freiheit. Deswegen für viele sind 10.000 Euro monatlich an Gewinn finanzielle Freiheit. Aber das ist es faktisch nicht. 10.000 Euro ist, sage ich mal, das Minimum, um einfach gut überleben zu können, wenn du jetzt keinen großartigen Lebensstil hast. Das heißt, berücksichtige das, wenn du deine Ziele setzt. Du darfst dir deine Ziele, zumindest wenn du selbstständig werden möchtest, nicht zu klein setzen. Wenn du das Ganze natürlich nebenberuflich machst, dann ist das eine andere Sache. Wenn du nebenher 10.000 Euro netto verdienst, du bearbeitest aber parallel noch deinen normalen Halbtagsjob oder Ganztagsjob, dann fällt das ja wie Rentenabsicherung und Versicherung weg. Das ist über deinen Arbeitgeber geregelt. Und du kannst wirklich diese 10.000 Euro Gewinn dann auch zusätzlich einstreichen. Das ist dann ein bisschen lukrativer. Das heißt, wenn du es nebenberuflich machst, sind 10.000 Euro im Monat an Gewinn viel, relativ gesehen. Aber wenn du halt selbstständig bist, dann nicht wegen diesen ganzen Abzügen. Und deswegen kannst du langfristig von diesen 3.000, 4.000 Euro Gewinn einfach nicht wirklich realistisch leben. Das heißt, du hast wahrscheinlich größere Ziele. Das heißt, du musst dir größere Ziele setzen und du musst auch dementsprechend höhere Umsätze kommen, damit du auch mehr Gewinn erwirtschaftest, um dir am Ende dann auch mehr auszahlen zu können. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich ein gutes und langfristiges Business aufzubauen, was auch den entsprechenden Umsatz macht, sodass du auch die finanziellen Möglichkeiten für dich dann in der Selbstständigkeit hast. Natürlich, du kannst erst mal anfangen nebenberuflich. Ich kann sagen, ich mache das erst mal so weit, bis ich wirklich keine Lust habe. Dann ist es natürlich an der Stelle ein lukrativer Deal. Wenn du jetzt selbst einen Online-Shop aufbauen möchtest, du hast noch irgendwelche Rückfragen zum Thema, schreib mir gerne auf Instagram. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich beantworte gerne alle deine Fragen rund ums Thema Selbstständigkeit oder zweites Standbein nebenher starten. Und wenn du sagst, hey, guck mal, ich will direkt mit euch zusammenarbeiten, dann kannst du dich einfach auf econventures.de für ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Und dann werden wir mal schauen, wie wir dich gemeinsam voranbringen können. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns in einem der nächsten Videos.